Servus Leute, willkommen zurück. Wir sind auf Triforce-Suche und einige von euch haben es bestimmt schon gemerkt, ich bin falsch gelaufen. Ich weiß jetzt aber wieder, wo wir hin müssen und zwar bin ich eigentlich nur dran vorbeigefahren. Da vorne die Insel, die man jetzt schon so ein bisschen erkennt, dort liegt das Triforce und deswegen, man nimmt es eigentlich auf den Weg zu der Insel, wo wir gerade waren, auf und die Triforce-Insel übrigens, die da hinten, und fährt dann einfach weiter und das habe ich vergessen. Dafür nehmen wir es jetzt auf, ist nicht schlimm. Das Leuchten sieht etwas anders aus, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und wir bergen die Truhe. Was zur Hölle? Äh, okay, wir fahren nochmal weg. Irgendwas war seltsam. Weil ich, ich war eigentlich ja an der Stelle. Okay, jetzt merke ich es mir. Jetzt haben wir die Truhe, sehr schön. Das war wirklich, das war wirklich strange. Und wir haben den nächsten Triforce-Splitter. Was macht Link eigentlich mit den Kisten, nachdem er sie geleert hat? Wirft er die einfach wieder ans Meer zurück? Umweltverschmutzer? Weil auf dem Schiff ist kein Platz. Und jetzt fahren wir zurück zur Greifenhorst-Insel. Da dort die nächste Karte auf uns wartet. Das bedeutet, wir müssen auch dann wieder zum Timmel. Aber wir haben ja genug Robine, um dem das die ganze Zeit machen zu lassen. Ne, Moment. Und hier gibt es auch einen lustigen Trick, wie man schneller reinkommt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was man machen muss, um normal reinzukommen. Aber man nehme den Greifhaken, stelle sich ungefähr hier hin, visiere das Ding an und beim Zurückschwingen lässt man dann an einem bestimmten Punkt los und steht in der Wand. Und somit ist man schon drin. Das, da müsst ihr selber rausfinden, wann ihr canceln müsst mit A, weil, ähm, ja. Das kann man nicht wirklich beschreiben. Das muss man selber rausfinden. Ist aber gar nicht so schwer. Wir spielen nochmal das Lied des Windes und es müsste eine Tour erscheinen. Was ist hier noch drinne? Oh, ein bisschen Magie, sehr schön. Aber sehr, sehr wenige Rubine. Die zwei kann ich auch verzichten. Und wir haben die Triforce-Karte. Jetzt gehen wir zurück zu Timmel. Ach, klar. Okay, Leute. Ich muss natürlich das Spiel... Ja, klar, die Tür ist ja... Moment mal, vielleicht kann man trotzdem jetzt von... Okay, muss man doch nicht. Ich dachte jetzt schon, ich müsse das Spiel neu starten, aber man kann auch einfach wieder mit dem Grapple-Hook raus und alles gut. Jetzt können wir aber auch mal gucken, welcher Mond ist denn. Die ganzen Schatzkarten. Ich habe Geisterschiff-Karte. Hm, da sind jetzt so Dinger abgebildet. Welche Insel ist denn das? Ups. Hm. Das war aber nicht... Nee, die war es glaube ich nicht. Ich versuche gerade mit meinen Karten... Ich fahre einfach ein bisschen geradeaus. Und ich gucke hier mal auf den Karten lang. Ob ich irgendetwas finde, was vergleichbar ist. Nee. Nee, ich habe es jetzt nicht gefunden. Sehen wir es irgendwo? Nö. Dann müssen wir es uns später sammeln. Und ich gehe erstmal zurück zu Tingel. Nee, Moment mal. Genau dort müssen wir hin. Was erzähle ich denn? Tingel. Höh. Nee, da habe ich doch noch was. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wir müssten jetzt eventuell dahin. Aber wir haben noch was Wichtiges vergessen. Und zwar müssen wir erstmal zur Portemonnaie zurück. Und der Lehrerin Frau Marie... Nee, warte mal. Hat die uns das Haus schon gegeben? Oder hat die das uns noch nicht gegeben? Hm. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich habe noch 26 Glücks-Amulette im Inventar. Das müsste wohl bedeuten... Sie hat uns das Haus noch nicht geschenkt. Auf der Insel steht nämlich ihr Ferienhaus oder sowas. Und das schenkt sie uns. Ich weiß nicht. Ich glaube, das schenkt sie uns auch wirklich erst, wenn wir ihr diese Amulette bringen. Da ist er hier. Nimm! Ja, na sowas. Das ist doch ein Glücks-Amulett. Weißt du, ich bin wirklich verrückt nach Edelsteinen. Und diese Amulette sind gerade das allerheißeste vom heißen. Na, dann sollte ich es wohl mal ohne Umschweife annehmen, was? Nein, wirklich, eins genügt mir. Naja, eigentlich hätte ich ja schon lieber 20 Stück, aber das wage ich noch nicht einmal zu träumen. Ich bin ja nun nicht erst seit gestern Lehrerin. Da ist mir natürlich sofort klar, dass mir irgendjemand dieses Floh... Was? Dass dir irgendjemand diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Ich bin ja so glücklich, das ist wirklich ein großartiges Geburtstagsgeschenk. Natürlich will ich mich erkenntlich zeigen und dir auch ein kleines Dankeschön geben. Strick bitte deine Hand aus. Ein roter Rubin. Und falls du die Kinder siehst, grüß die bitte recht lieb von mir. Du bist doch Lehrerin, du musst sie doch viel öfter sehen. So, jetzt haben wir nur noch 25. Du bringst mir also wieder Glücks-Amulette. Wie ich sehen kann, hast du gerade 25 Glücks-Amulette bei dir. Dass ein Junge wie du mir gleich so viel erschenkt, das kann ich doch kaum fassen. Ich bin ja so gerührt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wahre Glück, es muss dieses Gefühl sein, das ich gerade verspüre. Ich nehme mir dann mal die 20 Stück. Damit ist mein Glück wirklich komplett. 20 ist sowieso meine Glückszahl. Wie versprochen, will ich dir ein fantastisches Geschenk machen. Streck deine Hand aus und werde auch du glücklich. Oh Gott, bitte nicht so wie bei der Big Bang Theory. Mach die Augen zu und streck die Hand aus. Das wäre nämlich leicht gruselig. Du hast die Urkunde des Anwesens erhalten. Das Papier ist schon ein wenig vergilbt. Das Schreiben scheint also bereits etwas älter zu sein. Tada! Ich habe da nämlich ein Anwesen im Süden, aber in letzter Zeit komme ich gar nicht mehr hin. Und deswegen habe ich beschlossen, es dir zu schenken. Yeah, also das ist ein fairer Tausch, oder? 30, 20 von den Glücks-Amuletten gegen ein Anwesen. Ja, klar. Ahahaha. Tja, da bist du sprachlos, mein Junge, nicht wahr? Mit dieser Urkunde wird das Anwesen auf deinen Namen übertragen. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe, du wirst glücklich damit. Glücklicher als du. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und weite Schiffsreisen sind mir inzwischen zu strapaziös. Ich genieße es weit mehr, meine Zeit hier mit den Kindern zu verbringen. Es liegt von hier aus im Südosten und zwar auf einer kleinen abgelegenen Insel, gar nicht weit weg von der Triangelinsel. Von nun an soll es ganz dein privates Herrenschloss sein, also musst du es auch selber finden. Aber sagt niemandem etwas davon, ja? Jetzt haben wir das Anwesen. Jetzt müssen wir dorthin. Also das ist auf jeden Fall ein Teil der Story, dass, ja, diese Glücks-Amulette zurückbringen zu der Lehrerin, das muss man machen. Wir gehen zum Turm der Götter, von dort aus ist es gar nicht weit. Wir haben ihn ja vorhin schon gesehen, als wir dahin wollten, und es mir eingefallen ist, dass wir ja gar nicht können. Und dort finden wir eine weitere Triforce-Karte. Oder ein ganzes Stückchen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finden wir doch etwas Wichtiges. Und wir sind da. Ist es das wirklich? Ja, das ist es. Oh, hier ist wieder so ein Mann, der sich einfach auf fremden Anwesen rumtreibt. Was erzählt er uns denn diesmal? Gott, Blitz, eine Möwe, zwei Möwen, so viele Möwen, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, da ist wieder so ein Tintenfisch. Können wir wahrscheinlich von hier aus auch sehen mit dem Karnrohr. Ja, dort, wo nämlich diese Möwen sind, da ist auch der Tintenfisch. Und hier wollen wir jetzt rein. Boah, ne große Magie war die notwendig. Und hier sprechen wir mit der Tür. Nehme er seinen schmutzigen Finger von der Klinge, der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herren betreten. Bin fort mit ihm, er ist hier nicht willkommen. Achso, ja gut, dann brauche ich natürlich die Urkunde, die in der Posttasche ist. Und zack. Diese unverfroren Reihe treibt er mit glatt seinen schmutzigen Fingern etwas unter die Klinke. Na nu, aber das ist doch... Dann ist er... Dann seid ihr also mein neuer Herr. Da noch ist euer Name, nicht wahr? Ohoho, einen wirklich schönen Namen habt ihr da. Klar, eher so ein Schleimer. Ehrenwerter Herr Dahner, bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Was ist denn das? Ehrenwerter Herr, seid ihr vielleicht an dem liebsten Zeitvertreib des Adels interessiert? Lege er los. Sehr wohl, soll ich euch die Regeln des Spiels erklären? Beeile er sich. Mit Hilfe von L könnt ihr die Teile nach oben, unten, links und rechts verschieben. Ziel ist es, das Bild korrekt zusammenzusetzen. Das Teilchen rechts oben setze ich zuletzt ein, wenn ihr mit dem Rest fertig seid. Dann erst ist das Bild komplett. Das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr alles verstanden? Zweifelt er an meinem Verstand? Drücke er sich klar aus. Ich hoffe, ihr habt eine vergnügliche Zeit. Na, das ist ja toll. Das ist doch... Jetzt fällt es mir auf. Das ist die Rotznase. Das ist die Rotznase von Präludien. Äh, doch, ich möchte aufhören. Ich mach dann... Das mach ich mal später. Also hier drüben ist es anscheinend das richtige Bild. Wow. Was stehen denn hier für komische Holzfiguren rum? Und wo ist der Verwalter? Na ja, okay. Auf jeden Fall. Achso. Können wir hier drinnen den Greifhagen einsetzen und damit diese... Huch. Achso, ich kann... Ah, ich kann den Greifhagen hier drinnen zwar einsetzen, aber nicht mein Schwert. Und das hat auch einen Grund, dass ich den Greifhagen hier einsetzen kann. Oh, das war fehlerhaft. Und zwar aus diesem Grund hier. Hier runter müssen wir nämlich. Und hier gibt es auch was ganz Lustiges. Okay, ich muss jetzt erst mal hier die Ratten wegrollen. Man kann durch die Wand... den Schalter erwischen. Jetzt hab ich's. Und das geht dann nochmal an der selben Stelle. Okay. Also man darf nicht genau an der Wand stehen. Nee, warte mal. Stehe ich falsch? Nee, nee. Ich bin schon richtig. Also es muss hier an der Stelle sein. Okay. Äh, okay. Ich krieg's aber grad nicht hin. Nee, es war ja auch hier. Ja, jetzt ist offen. Und hier ist dann... ...dass die Stelle zum Windspielen. Das durch die Wand hämmern ist gar nicht so leicht. Und ich denk mal... ...nein. Ja, genau. Von hier aus soll man dann immer durchgehen. Also ist halt ziemlich viel schneller, wenn man die Schalter durch die Wand hindurch hittet. Das ist auch alles, was man hier unten machen kann. Glaube ich. Komme ich jetzt wieder hoch? Ah. Okay, wie gesagt, hier geh ich später nochmal hin, um das Puzzle fertigzustellen. Ich denk mal ein Herzteil oder so wird er rauskommen. Und jetzt geht's zu Tingle vielleicht... Nee, erstmal zu den Möwen. Ich möchte zu den Möwen gehen. Der hat gesagt, die sind irgendwo da drüben. Dort. Schon wieder falsch. Warum benutze ich immer das Falsche? Ha! Ja, das Ding mach ich diesmal ziemlich schnell kaputt. Noch eins an der Seite. Und auch der ist besiegt. Und was ist das diesmal? Oh, sieht falsch... Nee, ist richtig. Ich dachte jetzt schon, ich hätte was Falsches an Land gezogen. Wieder 100 Rubine. Alles klar. Tingels Insel. Dort ist die Insel. Und... ganz nach oben. So, jetzt müssen wir wieder mit dem... reden und das dauert. Vorlesen tue ich jetzt das nicht nochmal. Das hatten wir jetzt alles schon mal. So, wieder um 398 Rubine erleichtert. Ja, ist schon gut. Und wir porten uns wieder. Weil es halt einfach die schnellste Fortbewegungsmethode ist. Zu... Ja, ich tusk. Und von hier aus geht's aber dorthin. Das ist hier nämlich so eine Winsel aus Metall. Da ist der Fisch. Ach, schon wieder. Das macht mir echt zu schaffen. Na, wo ist er denn? Dort. Okay. Da holen wir uns nämlich gleich noch eine Zeichnung auf der Seekarte ab. Und danach geht's da rein. Die schwimmende Festung. Alles klar. Na ja, jetzt erzählt er uns wieder was über den Dreifuß. Immer und immer wieder. Das hört man überall, wo wir jetzt hinkommen. Eigentlich. Und eigentlich wollen wir nur... Die haben sich abgeschossen gerade. Gegenseitig. Okay. Ach so, ja klar. Hier ist kein Wind. Das heißt, wir können ja nicht fahren. Das heißt, ihr müsst das Schiff wieder wie im Turm der Götter bewegen. Und hier sind auch wieder Rubine. Ein bisschen mehr vielleicht? Nee. Auch nur so ein paar. So, das nächste Stückchen des Dreifuß ist da. So, das ist ja klar. Hoi. Los, Link. Ich wollte jetzt eigentlich mal die... Ja, okay, Moment. Wir müssen erstmal woanders hin. Und zwar nach Draconia. Hier ist außerdem noch was anderes außer das nächste Triforce-Stück. Und zwar ist hier noch eine Truhe mit ziemlich vielen Rubinen drin. Und ja, Rubine kann man immer gebrauchen. Also mal gucken. Da drüben ist übrigens auch noch ein roter Rubin oben. Aber da rüber wollen wir. So, Bogen ran. Oh, es leckt. Und sie fällt direkt vor unsere Füße. Man sollte übrigens nicht direkt drunter stehen. Sonst macht einen die Kiste blatt und man ist wieder am Anfang. Ach komm Link, jetzt mach ich ja kein Ding draus, da hochzuklettern. Ich hatte schon über 3000 Rubine, oder? Weil ich hab grad 2999. Ja, jetzt haben wir genau 3000. Wunderbar. Tingo macht uns dann wieder alles kaputt. So, wir brauchen die... Mist. Ne, doch. Ich hab jetzt 3 Triforce-Karten. Eine davon wurde noch nicht entschlüsselt. Und... Eine ist es schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich richtig war, ganz ehrlich. Da war der Fisch. Ich hab den Fisch gesehen. Da ist er. Oh, und ja. Die Zeit ist auch eigentlich rum. Ich hab den Fisch gesehen. Hey, Jungen. Ja, okay. Ja, wir wollen eigentlich nur den Eintrag auf der Seekarbe haben. Ja, also sind wir hier schon mal eigentlich richtig. Ich hab irgendwo eine Insel vergessen. Naja. Aber hier machen wir jetzt erstmal Schluss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!